Ich wollte schon immer mal nach Florenz, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in der letzten Kreuzung falsch abgebogen bin. Also da habe ich schon mal Ferien und dann biege ich auch noch falsch ab. Nein, dann biege ich eben nach oben und gucke mir das Kolosseum an. So, das habt ihr jetzt davon. Wenn ich jetzt wieder alle Tanke halte, würde wieder schweineteuer. Also fliegt lieber gleich durch. So, Moment mal. Ich dachte, ich hätte alle Mistviecher auf diesem Planeten vernichtet. Na warte, das tun wir jetzt mal gleich nach, ne? Na warte, na warte, na warte, na warte, na warte. Glaubst du hier unten gibt's ne Aldi oder was? Ey Mädel, der scheppert gleich, aber richtig. Kannst du ja nicht nach Hause gehen. Ist das klar? Geht die Merle auf den Sack, ey, ich würde mir jetzt am liebsten ne Kiste Sternbogen pfeifen. Jeden Morgen das Gleiche. Aufstehen und gucken, was meine unfähigen Dämonenmitarbeiter machen. Die werden diesen verdammten Turm niemals hinkriegen. Verdammte Scheißenleck, ey. Ey Alter, ey, nee Alter, das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Ey Alter, ey, krass da aus. Junge, wenn ich sage, der Turm wird fertig gemacht, während ich weg bin, dann hast du den Turm fertig zu machen und nicht rumzusaufen, du alte Piss-Melken-Scheißdreck. Sau, Scheißdreck-Sau, oder wat? Untertitelung des ZDF für funk, 2017